Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mark Hoxie berichtet, nachdem ich im letzten Video die Vorlesefunktion benutzt habe, habe ich noch so eine kleine Umfrage gemacht, die lautete, was ist besser, ich und meine Lesefehler oder das Vorlesen? Und es hat mich wirklich sehr positiv überrascht. Es gab durchaus vier, fünf Leute, die haben wirklich darauf geantwortet und haben geschrieben, sie möchten doch lieber meine Stimme hören, das wäre authentischer. Diesem Wunsch werde ich natürlich nachkommen. Wir sehen hier eine schöne Vorlesefunktion, die ich jetzt nicht nutzen werde. Heute geht es um das Thema Origin Access. Electronic Arts bringt Flatrate für PC-Spieler. Endloser PC-Spiele-Spaß für nur 3,99 Euro im Monat. Spiele Titel aus einer wachsenden Sammlung großartiger PC-Spiele. Teste neue EA-Spiele schon vor der Veröffentlichung und mehr. Das ist ein verlockendes Angebot. Mit 15 verfügbaren Titeln wie Battlefield 4, FIFA 15 startet Electronic Arts seinen Abo-Dienst für PC-Spieler. Dazu bietet Origin Access auch Rabatte und Zugriffe auf noch nicht veröffentliche Spiele. Nach EA Access für Xbox-Spieler können nun auch PC-Besitzer eine Zocker-Flatrate abschließen. Für 3,99 Euro im Monat hat Electronic Arts den Dienst Origin Access gestartet. Zum Start stehen 15 Titel zur Verfügung, darunter Battlefield 4, SimCity, FIFA 15, Dragon Age Inquisition oder wie das auch immer heißt. Ihr wolltet die Lesefehler, ihr wolltet sie. Abonnenten können die Spiele herunterladen und unbegrenzt spielen. Weitere Spiele auch von anderen Publishern sowie Indie-Titel herrscht dabei Online-Pflicht. Einzelne Abo-Spiele sollen aber auch ohne Internetverbindung spielbar sein, sofern die Nutzung in regelmäßigen Abständen bei Origin einloggt. Die Nutzer in regelmäßigen Abständen bei Origin einloggen. Neben dem Zugang zu Spielen erhalten Abonnenten auch 10% Rabatt auf alle Käufe auf der Origin-Plattform. Mensch, die Spiele sind nur für Windows-PCs verfügbar. Eine Kündigung soll jederzeit möglich sein. Das ist ein verlockendes Angebot für 3,99 Euro. Alle Spiele vor Release testen. Und das für 3,99 Euro. Das ist wirklich ein sehr verführerisches Angebot. Hinzu kommen natürlich noch die 10% Rabatt auf alle Käufe auf der Origin-Plattform. Wäre eine Option, sich dies zu überlegen, ob man die 3,99 Euro investiert. Ich persönlich kaufe ja meine PC-Spiele wirklich in Hüllen, in CDs. Ich kaufe keine Downloads, denn ich habe irgendwie was in der Hand. Das finde ich irgendwie ein bisschen angenehmer. Zweitens habe ich auch eine ganz schlechte Internetverbindung. 3000erleitung. Aber zu diesem Angebot wäre ich schon ziemlich offen und nicht gerade abgeneigt. Also wäre interessant. Überlegt es euch. Zum einen soll ja, wie schon hier vorgelesen, gerade die Kündigung kostenlos sein. Zu jeder Zeit möglich. Und wenn es einem nicht gefällt, kündigt man das Ding und dann war es das. Also an sich eine super Idee. Entschuldigung für die Lesefehler. Eigentlich dachte ich, könnt ihr einmal einen Text lesefrei lesen. Aber dann kam der letzte Abschnitt und die 30 Fehler. In Anführungsstrichen. Aber ihr wolltet so. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.